Herzlich Willkommen auf meinem Kanal. Heute gibt es Con of Blue mit Eiersalat und Pommes. Ich finde auch viel Spaß. Hier habe ich Con of Blue. Einmal Eiersalat und die Pommes. Ich mache jetzt die Pommes auf dem Deck drauf. Ich mache die Pommes. Die Pommes wieder in den Backofen rein. Und die lasse ich dann für 10 Minuten drin. Und dann sind sie fertig. Ich mache wieder Öl in die Pfanne rein. Ich mache das Fleisch in die Pfanne rein. Das sieht nun sehr lecker aus. Pommes aus. Zitzen. 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 Zitzen Das Fleisch ist auch schon fertig und das tue ich jetzt auf den Teller mal drauf. Das sieht jetzt so aus. Den Eier ist dann gleich mal draußen drauf. Und die Pommes brauchen noch ein bisschen. Die Pommes sind bestimmt auch schon fertig. Sie sehen auch schon sehr lecker aus. So. Und die Pommes, die Pommes sind schon wieder drauf. Und die Pommes sind schon wieder drauf. Und das sieht so aus. So. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einfach ein Abo da und ein Like. Und wenn ihr nichts mehr verbrechen wollt, unten die Glocke aktivieren. Dann keine Videos mehr und keine Livestreams mehr. Und ich sage bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.